Was wäre, wenn es einen Ort im Internet gäbe, an dem Patientinnen und Patienten, die für die eigene Gesundheit relevanten Informationen erhalten, die sie wirklich brauchen? Einen solchen Ort haben wir im Projekt Trusted Health Ecosystems als Vision einer nationalen Gesundheitsplattform entwickelt. Die wirklich einen Unterschied macht für Patientinnen und Patienten und für das gesamte Gesundheitswesen. Es setzt die enge Zusammenarbeit aller relevanten Akteure voraus. Die an der Entwicklung einer nationalen Plattformstrategie mitwirken möchten. Manchmal braucht es die Kraft der Vorstellung, um die Veränderung zu schaffen, die wir uns wünschen.